noch zwei zwei regatta um das blaue band 2024 bitte lächeln 1 30 ja die jungen die alten machen es den jungen vor eine nein alles safe wer über die linie ist das entscheiden wir noch 40 jetzt 30 jetzt wird es gleich knapp 20 10 kommt dichter bilderbuch start mensch du sollst mir nicht in meinen kommentar fuscheln das ist alles regelkonform und es ist keiner zurückgeblieben genial sowas hat es noch nie gegeben und dann kommt aus bis zum nächsten Mal 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 Also, das ist schon beachtlich, dafür danke ich euch, dass ihr alle gekommen seid. Und der Dank gilt aber auch der Crew, die uns unterstützt haben, Andreas ist stellvertretend hier vom Startpunkt. Jetzt ist sie gekommen, der hat sie heute Nacht ein Ziel gebrochen, ist trotzdem gekommen. Und Thomas Kruis mit der Luftkonne hat das auch voll gemacht, der hat sie schön verzogen. Die letzten sieben, da gibt es keine Anfolge, die sind eben mit dabei gewesen. Und dann gibt es den Sport von Dieter Leitsch, der kriegt das auch. Herzlichen Glückwunsch. Dieter, Dieter, guck nochmal. Schönen Dank. Ja, ich bin straft. Das ist ein Platzier. Also Platzier. Ja, komm, schönen Abend. Die Beschrift, die Beschrift nehmen ja auch nicht. Ich bin leider bei mir, wenn ich in den Binnen fällt und das geht mal Schluss. Danke, Rainer. Danke schön. Schön, dass du spielst. Schön, dass du spielst. Schön, dass du spielst. Applaus Das war einer. Das ist für die Graf. Ja, eigentlich. Dabei hat er mich beim Start noch über den Haufen gefahren. Jetzt hat er jemanden von uns, oder? Perdu. Platz drei. Dankeschön. Platz zwei. Platz zwei Nikos, oder? Ja, ich bin mit K gestellter, dann muss ich jetzt mit K. Wir sehen, wir sind erstmal mit K. Ich finde ja auch. Also wenn ich das alles so sehe vom Start, dann ist das hier schon Paralympisch. Und jetzt kommt die Überraschung. Jetzt hat er sich nach vorne katapultiert. Also das freut mich besonders. Freut das auch? Der neue Stern vom Schafalme. Herzlichen Glückwunsch! Krieg noch was! Ja, weiter nach vorne. Szen attendees! 2 1 Untertitelung des ZDF, 2020